Schnuckis! Es sind neue Bilder im Shop eingezogen, unter anderem dieses schöne Mandala-Bild mit 42 Farben. Wir haben wunderschöne Sondersteine und ein Mix aus Normalen und Strasssteinen. Außerdem niegelnagelneu ist dieses bezaubernde Schmetterlingsmädchen, ein Bild mit 14 Farben. Da ist eine AB-Farbe mit dabei, wunderschöne Grautöne. Bei beiden Bildern passen die Schablonen und ihr bekommt auch die passenden Cover-Minder bei mir im Shop.